Entschuldigung, aber der Verkehr... Ja, bitte. Aber ich habe auch... ...die Pro- und Kontralisten dabei. Sehr gut. Dann fangen wir gleich damit an. Nennen Sie mir Momente in Ihrem Beziehungsalltag. Also, mir reichen da Stichworte. Na, ich dachte, Sie hätten auch was mitgebracht. Nein. Aber ich habe doch gesehen, du hast doch gestern auch was geschrieben. Habe ich alles im Kopf. Das ist typisch. Madame hat es nicht nötig. Madame braucht keine Regeln. Es geht ja hier nicht um Regeln.